Und herzlich willkommen meine lieben Freunde, es hat mir eine weitere Folge hier auf diesem Kanal, und zwar zu dem Sechserwürfeln. Vier hundertsten Video. Ist schon erbärmlich, oder? Ich habe vergessen, wo ich mein Sound leise. Hä, kann man... Da, ok. Weiße, du erzählst gerade krasse Dinge und ich suche nach dem Sound. Nein, es ist erbärmlich. Willkommen bei Let's Plays auf TEDx.de. Ja, Theo hat es gerade schon angesprochen Das hier ist tatsächlich, man mag es kaum glauben Das 400. Video, das wir hochgeladen haben Nicht wundern, ihr könnt nicht alle anschauen Es sind einige auf Privat und Ungelistet Aber es ist das 400. Video, das wir produzieren Und das finde ich schon Ist doch ein Applaus wert, oder? Als ob der Michael gestaubt hat Es ist schon erwärmlich, weißt du warum? Warum staubt jeder? Weißt du, ich mach hier die Kombos of my life Und er hat drauf gestoppt Es ist halt, nein, nein, es ist halt einfach erbärmlich Wir haben 400 fucking Videos hochgeladen Und einfach nur 500 Abos Ja, andere laden drei Videos hoch Haben irgendeinen bekannten Kumpel Der irgendwie 80 Millionen Unverdiente Abonnenten hat Und wird damit erfolgreich Ja, machen 500 Videos Also ob ich jetzt Zweiter geworden bin Ich bin Zweiter, nicht du Ich bin Dritter Ja, vor allem, weißt du wie Arti das war? Das kann kein Sinn ergeben Ich bin Zweiter, nicht du Ich bin Dritter, nicht du Ja, tut mir leid So Und zwar, ich finde das echt schon traurig Das Zeug eigentlich aus dieser einem Bruch aus unserem Post yourself Und zwar dem hier 400 Abos sind nun endlich erreicht Und das mit 300 Videos Zeug von echtem Scheiß Keine Ahnung, was die Leute an ihnen haben Sollen sie sich lieber mal selbst vergraben Und das zeigt halt einfach genau, dass wir schon traurig sind Wir haben pro Video ein Abonnenten dazu bekommen Ja, wir dachten, wir nehmen mal wieder Mario Party auf Weil das war bisher immer ein Grund für eine Rage Quit Es ist purer Stress für mich Es ist einfach nur Purer Stress Also im Livestream Habe ich diesen Sprung hier Ich weiß nicht, wie lange nicht geschafft Der ist einfach für mein Nein, ich bin zu weit Ich habe den Sprung geschafft Lol Ich bin gut Du bist nicht gut Ich bin gut Das hat jetzt die Schwingungen, oder? Warum bin ich wieder hier? Ich bleibe jetzt einfach stehen Ich stehe mal kurz meine WhatsApp-Nachrichten Oh, ich habe drei Anrufe Von meiner Mutter Ja? Hallo? Ich habe meinen Namen gehört Ich heiße Mutter Sorry Mutter Sorry, dass ich mich letztens nicht gemeldet habe Ja, was sollte das? Ich habe da gewartet, du Moloch Mit Nike Magazine gefällt mein Beitrag Übrigens, ich habe gewonnen Oh, warte mal, ich mache mal eine Sache Komm mal in WhatsApp online Hallo Hallo Hi, jetzt hören sich wahrscheinlich die Die 80 Mal Die 80 Mal Oder jetzt müssen wir uns jeweils soffeln Das sehe ich gar nicht ein Okay, ich lege mal wieder auf Ich habe aufgelegt Nein, ich habe aufgelegt Nein, ich habe aufgelegt Ich bin dritter, äh, erster Platz Kann ich jetzt irgendwie einen Titel schreiben So, seltsamer Typ ruft mich in der Aufnahme an? Äh, nein, seltsamer, äh, pädophiler, pädophiler Opa Ähm, belästigen mich in der Aufnahme Und möchte Verstehst du? Damit wir, wir brauchen halt Clickbait-Titel Damit wir wenigstens, Magita, so ein bisschen dahin zurückkommen Dass wir mehr Abonnenten als Videos haben Wahrscheinlich, wenn dieses Video online kommt Haben wir schon die 500 Abonnenten Und wir haben kein Abonnenten-Special Ja, haben wir vor, eins zu machen Ich weiß ja nicht Ich weiß nicht, Leute Ihr könnt ja einfach mal Ideen in die Kommentare schreiben Was man für ein Abonnenten-Special machen könnte Ja, weil Wir sind ja der festen Auffassung Dass jedes unsere Video In der Qualität von einem Special ist Also, es ist halt mal glücklich Ich bin zurückgebackt Wollen die mich verarschen Ich bin einfach Ich lebe hinter dir, ja? Bin Das sagen es ja alle Ich bin übrigens gestorben Nö, ich bin zweiter Ich könnte jetzt dritter werden Aber wahrscheinlich kommt irgendeine Oh, du hast keine Lust drauf, oder? Ich Ich hab's gesehen Ich mach drei Blöcke vorm Ziel Was kannst du eigentlich? Wenigstens Oh, Rüstungständer Nice GG ist halt Toxien Und komm, jetzt So, jetzt kann ich jetzt Jetzt ziehe ich ja einfach mal durch, ja? Ich ziehe dir einfach nur kurz durch Aber bisher bin ich mit der Auswahl an Minispielen echt zufrieden Nee, ich nicht Und auch wie es gelaufen ist Ich glaube, ich war bisher War ich immer In den Top-Beziehungen? Ich glaube, ja Ja, klar Bei mir lädt die Welt einfach nicht Bei mir ist die Welt einfach nicht geladen Wirst du dir mal einen gescheiten PC kaufen? Nee, das liegt an zu Toxien Natürlich Und ist es auch eine Verschwörung nur gegen dich? Diese verfickte Welt lädt bei diesem einen Scheißteil immer nicht Ich wäre schon so oft durch Ich wäre schon so oft durch Aber nee Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Oh, das schaffe ich, das schaffe ich Diese Welt lädt einfach nicht So, ich nehme das jetzt mal auf Und schick's dir Ja, okay Jetzt laden gerade alle Welten Jetzt laden Ja, das sieht man mal wieder Jetzt lädt alles, ey Ich komm nicht drauf klar Ich komm nicht drauf klar Jetzt lädt es alles Ach komm Lass mich doch in Ruhe Lass mich doch alle einfach in Ruhe, ey Ach man, warum hat er das geschafft? Ah, ich bin nur Zweiter Mann Ich enttäusche meine Zuschauer gerade Es tut mir leid Ich bin so erbärmig Ich bin wieder Vierter Es geht ums Prinzip Es geht ums Prinzip Ich hab das Modul geschafft Aber ich werfe gerade die ganze Zeit 6 Ja, ich bin dritter Platz, okay Oh Mit 13 Fälle hinter mir Heißer Boden Was ist das? Aber ich bin echt zufrieden mit den Minigames Ich bin so schlecht Ja, ich weiß Ich bin erster Ich bin erster Platz Siehste, das ist ein Spiel, wo es auf Skill ankommt, ja Ich bin Vierter Natürlich Nur bei dem kommt es jetzt auf einmal auf Skill an Es kommt bei allen auf Skill an Außer bei denen, bei denen du gewinnst Es waren aber auch fast alle Runden Das sag ich ja Wettrennen, ey Wetten, das ist jetzt wieder so wie beim letzten Mal Dass ich einfach vorne mitlaufe Aber dann auf einmal letzter bin Oh, hier ist dieses Auto-Jump an, ey Oh, ich hab ich Ich hab eigentlich Auto-Jump auch noch an? Ich glaube ich hab Auto-Jump Ich weiß gar nicht Ich hab's auf jeden Fall mal ausgemacht Bei der letzten Runde im Livestream Aber ich weiß nicht, ob, äh, das Wieder angegangen ist Nachdem ich die das umgewechselt hab und so weiter Da schau ich gleich mal nach, weil Das kann Doch, Auto-Jump ist an Da hab ich grad nicht auf die Leartasse gedrückt Wahrscheinlich Ach, ich schau da jetzt nicht Jetzt sind wieder so viele Leute Du musst, du musst einmal runterfallen Du hast keine Chance mehr Hä, ist keiner vor mir? Was? Hä, klar Hä? Ich bin runtergefallen Als ob die alle so inkompetent wären, ey Hä? Wie dumm sind die eigentlich alle? Hä? Als ob ich jetzt gerade runtergefallen bin Und erster Platz Hier, Auto-Jump warten Aber es kommt ja eh dann bei dem Spiel auch nicht auf Skillern, oder? Na, bei dem ist gerade einfach nur auf Luck, weil Sorry, aber wer runterfällt Okay Versuche hier erstmal zweiter zu werden Deathcube, Deathcube, Deathcube Ich denke, wir werden uns eh gleich erst da oben sehen Aus, dass passiert was unterhaltsames Was ich in diesem Modus aber nicht denke Es kommt halt einfach auf Luck Das könnt ihr eigentlich Ein zweiter Oh, sechs Na, drei Und ne vier Mir fehlen nur noch vier Felder Wir spielen danach einfach, wenn du gewinnst Spielen wir danach ne Runde Bad Wars 1 vs. 1 Nee Doch Nee Okay Okay, Leute Wir sehen uns dann Weil Alex gewonnen hat In der Runde 1 vs. 1 Bett muss wieder Nein Oh doch Nein Verweigere ich mich Ich habe genügend Zeug zum Cutten Ähm Hallo, du bist du mit Hallo Du bist eine Aufnahme Wir zu Hallo sagen Bist du eine Aufnahme Wir zu Hallo sagen Hallo Aufnahme Wenn du jetzt nicht gleich gewonnen hast Dann ich Ich mache Slash Lobby Und diesen Spielmodus wird es so schnell nicht wieder auf diesem Kanal geben Jetzt beeilt euch einfach Danke Endlich So Also die 1 steht schon mal Da fehlt mir her noch ein Sex Ach ja Schön schön Ich gehe hier vorm was weiß ich was Und da habe ich die Runde gewonnen Ja Gut Leute Schreibt eure Ideen für ein 500 Abro Special in die Kommentare Und dann auf Wiedersehen Tschüss Ich höre jetzt die Aufnahme noch nicht auf Ach ja noch eine angenehme abend wünsche ich euch alle oder morgen oder mittag oder auch immer Und wenn ihr das vegan anschaut Theo ist überhaupt nicht gereizt Sie hört gerade schon die Skype Nachrichten in der mich wahrscheinlich maßlos beleidigt Und sagt Boah Eine Scheiße Ja aber ich würde euch jetzt auch nicht länger vorlabern Ich habe eine Menge zu schmalten Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder Bis dahin Ciao 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 Cheers Ciao 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 ims called Vielen Dank.